Und genau da brach die Aufnahme ab. Welch ein Glück, passend, ich hab grad nichts gesagt, nur gespeichert. Von wo kommen sie? Mit weg! Mit weg! Ja! Da ist er! Ich bin doof! Zwei Medipacks versaut. Ich stand zu nah dran! Ups! Und ich hab die unten in Richtung etwas deformiert. Und hier, jetzt kann ich gar nicht mehr die Scheibe einschlagen! So, das war jetzt also nicht geplant. So sollte man es nicht machen. Muss ja auch mal gezeigt werden. Oh! Nein! 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 Oh! Ich lade einfach nochmal von dort, wo ich gerade gespeichert hatte und dann ist das alles wieder schick. Ich hab nämlich, als es ausgegangen war, hier mal schnell gespeichert. Ich könnte das jetzt natürlich auch nochmal neu machen. So, und das jetzt hier nicht mit reinnehmen in die Aufnahme. Aber man muss ja auch Fails mit reinnehmen, ne? Und das war ein Mega-Fail. So. So. Na, kommt schon. Jetzt bleib ich weiter weg. Haha! Zu meiner eigenen Sicherheit. Kommt schon. Da kommen sie. Boom! Ich war weit weg. Ich hab nur zwei Schüsse abgekommen. Das Ding kann ich trotzdem wieder nicht einschlagen. Ein Mega-Fail war das gerade. Huh! Taschenlampe geht immer an und aus. Na komm! Überprüf's! Du brauchst keine Hilfe mehr. Du bist tot. So. Ich wollte mich eigentlich F drücken. Und bin aus Versehen auf G gekommen. Und zack ist meine Gesundheit wieder voll. Brauche ich mich nochmal regenerieren. Hm. Okay. Herrlich. Naja. Auch Fails müssen sein. Wie gesagt. Was ist das für dunkel? Wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum ich hier mehr Schiss hatte. Nicht nur, weil ich ein Mädchen bin. Sondern auch, weil ich das jetzt so dunkel gelassen habe, wie es eigentlich gedacht war. Hallo? Ist der jemand? Hallo? Ähm. Ja. Wie gesagt. Ich hab's halt recht dunkel gelassen. So wie jetzt auch. Und da ist natürlich... Der Schock... Der Schock... Moment. Viel größer. Als wenn's immer so hell ist, ne? So. Checkpoint. Ich speicher mal. Weil bisher haben wir überlebt. Komm. LZ ist heiß. Gut. Ich hab vorher die Aufnahme auch... Also ich hab das hier vorher getestet. Äh. Also das Spielton und mein Sprechen funktionieren müssten. Also dass man nicht sprechen hört und das Spiel aber auch hört. Ich hab extra einen Test gemacht. Das müsste also funktionieren. Und wenn nicht... Dann bin ich sehr traurig. Hallo? Wo haben sie denn das gerade hingeworfen? Sieht ihn jemand? Nein. Ihn sehe ich nicht. Oh. Drei neue Fanaten. Hallo? Sieht ihn jemand? Nein. Ihn nicht. Ich sehe nur sie. Wie? Bist du ja gleich einen Achir. Hallo. Wie sieht ihn jemand? Siehst du sie jetzt? Er ist so weit weg, ich seh' den kaum. Ich hab' nicht so gute Augen. Wir müssen näher rankommen. Damit ich euch mich halt sehen kann. Standardprozedur, ihr wisst Bescheid. Und, jawohl. Hallo. 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 Scheiße, sagt er. Jetzt ziehst du wohl nicht wieder auf? Hm. Nicht? Noch ist es mehr Shooter-lastig. Wenn's dann nachher anders wird, dann weiß ich nicht mehr, ob ich das Spiel noch fortsetzen kann. Weil ich nicht weiß, ob ich mich dann noch weiter vorgetraue. Meine Reflexe, zumindest die meiner Figur, werden verbessert. Ähm. Ja. So. Ich weiß, ich bewege mich hier ziemlich fix immer durch. Aber wir haben ja vorhin gesehen, was das zur... Was das heißt. Ein Schritt zu weit und schon sitzen die ganzen Mobs auf einem drauf. Bisher sind's ja nur Replikanten. Ah. Jetzt, äh. Na, mein Maus spinnt momentan manchmal ein bisschen. Vor allem bei WoW. Feind! Wo? Wo? Untertitelung des ZDF, 2020